Erst kürzlich ist ein neues Gesicht bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, Aufgetaucht, Schauspieler Hadi Krüger Junior. Spielt die Rolle des plastischen Chirurgen Lars Brunner. Er ist der Ex von Maren Seefeld, Eva Mona Rodekirchen, und der Vater von Lilly, Iris Mareikestin, und Jonas, Felix van Deventer. Sein Auftauchen im Kiez sorgte für Aufsehen und mittlerweile scheint sich ein Liebeschaos abzuzeichnen. Nachdem Katrin, Ulrike Frank, sich den Fuß verknackst hat, ist Lars Brunner direkt zur Stelle und versorgt sie, anschließend landen beide miteinander im Bett. Ob Maren das als Katrins gute Freundin akzeptieren kann? GZSZ, Katrin gesteht One-Night-Stand, hatte Sex mit deinem Ex. Nach dem One-Night-Stand wirkt Katrin völlig durch den Wind. Die Liaison beschäftigt sie und sie kann das Geheimnis nicht für sich behalten. Als Maren nachhakt, was mit ihr los ist, platzt es unvermittelt aus ihr heraus. Ich hatte Sex mit deinem Ex. Nach der Beichte ist Maren allerdings alles andere als sauer, hakt lediglich nach. Und es scheint nicht so berauschend gewesen zu sein, oder? GZSZ-Affäre Liebes-Comeback mit Tobias ausgeschlossen, dass ihr Ex offenbar so gar kein Problem damit hat, dass sie so kurz nach der Trennung bereits mit anderen Männern flirtet, trifft sie hart. Er habe daneben gestanden, als sie mit Lars geflirtet habe. Auch sei er quasi in ihren ersten Kuss Hein-Inge laufen. Gestört habe ihn das offensichtlich nicht, klagt sie im Gespräch mit Maren und Yvonne, Giza-Zach. Schlummern bei ihr doch noch Gefühle für Tobias? Dass ihrer Rolle Katrin die Trennung schwerfällt, hat Ulrike Frank bereits kürzlich verraten, bei aller Verletztheit liebt Katrin Tobias immer noch. Er fehlt ihr, sie hatten wunderschöne gemeinsame Zeiten, in denen sie sich als starke Partner begegnet sind. Ein Liebes-Comeback der beiden schloss sie jedoch nicht komplett aus. Ein Liebes-Comeback macht allerdings nur Sinn, wenn Tobias damit klarkommt, dass eine Katrin Flemming ihre eigene Meinung hat und sie auch durchsetzen kann und möchte. Während Katrin zwar behauptet, mit Tobias sei es endgültig vorbei, sind ihre Freundinnen Maren und Yvonne da skeptisch. Doch an eine gemeinsame Zukunft der beiden glaubt vor allem Maren nicht. Ob sie Recht behalten wird?